So, diese Folge machen wir es einfach mal ohne einen Zonk, 2K. Auf geht's, Marjorie. Tunnelblick werten wir es, werde ich mit ihm machen und dann... Ich glaube, das Bettler was du gerade spielst, nehme ich in der letzten Folge, in der letzten Episode von der ersten Folge. Hm. Hey, ne Schöner? Ja. Und das hier wird ne längere... Keine Ahnung, woran es lag. Verstehst du auch nicht beide Seiten, wenn er nicht frei? Ja. Ja, das war wie in Japan, aber an ständig im Bug, dass die durchgebrochen sind. Ulga, komm zum Eber. Das Spiel gibt es schon so lange, wa? Ich finde, da müssten mehr Episoden kommen. Deutschland zum Beispiel. Ja, das wär schön, aber irgendwie so ein Spiel haben wir es nicht gut. Hä? Wirklich vielfach ist ja gar nicht mehr Draht. Ja, das ist das Problem. Eigentlich ist es... Eigentlich ist es... Eigentlich ist es... Eigentlich ist es... Ja, vor allem das Spiel macht ja auch Spaß und ist auch schön. Das macht mir mehr Spaß als Days Gone, muss ich ehrlich sagen, ey. Was ist passiert? Jetzt macht mir sogar mehr Spaß als Fortnite, ja? Gut, da gibt's viele Spiele, das... Also ist es nicht wirklich eine Kunst, Fortnite zu übertreffen. Oder? Nee, absolut nicht. Wir sind nicht alleine. Schnauze. Schnauze. Dann raschen wir jetzt einfach mal durch, würde ich mal sagen. Zuvor, da bin ich jetzt mal weg. Jetzt hat mich noch mal aufgerissen, die Spiele mit dem Katzen herzustellen. Da haben wir eine linee, die Spiele mit dem Katzen herzustellen. Oh, ja. Wir haben sie aufgerissen, damit der das Schnauze nicht in das geschmissen kann. Es gibt viele Schnauze, die zu öffnen. Unsere. Einige von ihnen sind auf Timers. Viel Spaß! Sneakieser. Wo ist der Switch? Die Switch ist fertig! Wir haben hier noch eine Gange. Schau deine Augen für eine Switch. Ich glaube nicht, wir müssen ihn schlagen. Hurry! Wir haben noch einen Sprenger... Nein, nicht vieler. Nein, nein, nein. Fuck mir meine Bots! Fuck mir! Flip die nächste Switch! Home Run! Ich will Home Run spielen! Oh fuck! Wir müssen schnell gehen! Oh fuck! Wir müssen schnell gehen! Oh fuck! Wir müssen schnell gehen! Ich probiere das Gefühl! Ich gehe! Hm... Das ist noch nichts gesehen! Oh, warte mal! Oh, warte mal! Oh das ist noch nichts! Warte mal! Ich bin mal! Hinlegen! Ich weiß nicht Scheiße Ich mag das nicht. Wir sind komplett verabschiedet Äh, Stevie, wir haben eine Art Station erreicht Oh, meine kleine Händchen haben das Meer erreicht Es gibt zwei Kontrollräume hier. Use die auf der Seite Kettensäge Bist du bereit? Ich? Nee Uff geht's Ich drück jetzt einfach mal Ja, drück jetzt mal Du bist ein Schlag und öffn Das weg, komm Oh, f***er, schau mal an das Ich kann nicht die Händchen fahren Oh, ich glaube, du musst sie ohne mich kämpfen Sie sind gestoppt Für jetzt Wir haben ihn Aufballern Huuu Irgendeiner wird schon fallen Wir werden gehen Wir werden zu unserem Level Wir werden zu unserem Level Lass, das ist meiner Wir werden zu dem Wir werden zu dem we're towering up goddammit, somebody shot me come on, come on aw yeah i got eyes on a screamer hehehehe oh that was beautiful, bravo juju now, last of them over to the next control and the other door open for me what are we supposed to do, there's no way down we each have a calling in life love ah, the kettensick is schon cool yours is the push button the ventilation system is probably connected heading in coming up the fan is still on it looks like we have a control panel here everybody good? let's move on the weirdest subway station I ever saw oh keep the noise down watch it Aus. Pfui. Shit! Unten. Scheiße die, scheiße die. Oh ne, gute Idee. Hallo! Hey! Air ist sicher hier. Komm schon! Der nächste Level wird die Flüge sicher sein. Wo ist hier unten bitteschön? Die Area ist sicher. Was lab ich für den Müll? Scheiße! Dieses Wettpanel ist ein Schlüssel. Stevie! Was machen wir? Nun, dass du dich wehren kannst, mit Poison? Ich werde die Flüge suchen. Wir haben keine Wahl. Starte die Flüge für die Flüge. Ich werde die Flüge sehr gerne nehmen. Ich werde die Flüge nicht auf die Flüge geben. Ah ja, ich spiele mit der Kettensäge. 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 Ich spiele mit der Kettensäge. Okay. Ich spiele mit der Kettensäge. 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 Ah, habt ihr euch noch mit Roy? Gingerfella, ca. 5,7. Er hat mir Geld. Nicht eine gute Zeit, Stevie. Ich spiele mit der Kettensäge. Zweitens. Alles klar. Los geht's. Rann meine kleine, rann. Hier sie kommen! so die zu f*** bist du so schnell ja mach mal hin bei einer runde kann ich dann auch mitspielen wie gesagt ich kann heute nicht so lange machen kann die ganze woche nicht so lange machen bitte du hast ja auch frei komm geh mal rein aufstehen muss was hat er nicht alle haut ab aus für ich meins wer da kann stehen bleiben ich würde sagen ich lieber selber da gibt es eine Panzerfaust habt ihr jetzt dritte level gespielt nein es ist immer noch das zweite ich dachte das hat uns so viel spaß gemacht das machen wir gleich nochmal ey bei horden modus kriegst du 6000 punkte man einen wo der war schwer kriegst du neuen Was denn? Es gibt hier so einen Hortenmodus und da kriegst du als Belohnung 6000 von diesen Punkten Das Hortenmodus Hortenmodus können wir ja dann machen Hortenmodus können wir ja dann machen, wenn wir die ganzen Episoden durch haben Dann können wir das machen Ja, aber wenn du es vorher machst, hast du 9000 Punkte kannst du schön deine Sachen aufrüsten Verstehst du? Ja, ist doch sinnvoller Du hast doch eine bessere Waffe wie ich Hast du das schon gemacht, Hortenmodus? Ja Ist das schwer auf schwer? Ja Sind die kleinen Damage rein Okay Du hast es geschafft Weil ich bin verreckt Du bist trotzdem die Belohnung Weiß ich ehrlich gesagt nicht Ich hab das ganz normal gespielt ohne dass da eigentlich Zusatzpunkte dabei waren Ich stell noch mal ein Geschütz auf und dann können wir Das steht halt da drunter Aber 6000 Punkte ist ja auch schon viel Kann man? Das ist viel, ja Ja, ja Statt Ich hab's dann hier vorne ans geschützt 3 Stück haben wir hier stehen Wie braucht ihr noch? Also wir sind jetzt da wo wir gerade verkackt haben Das müsste ja eigentlich das Ende sein Ja, ist es auch Ich hab auf der Seite Also mir fehlt noch dieser Angel Dann hab ich auch das Video von denen Aber wir müssen das nächste Mal machen Die sind ordentlich los Auf jeden Fall Die sind am Zug, die sind am Zug Die sind am Zug Weil da kannst du schön deine Sachen aufrüsten Ich hab's uns hier dringend in den Zug Weil ich kann aber nichts woanders eigentlich Ist auf anderen Seite noch was? Äh So, okay Jetzt haben wir alles weg Es war ja wie gerade und dann Hey, hey, da ist eine Tunnelboring-Maschine, neben dem Trenn! Oh, das ist nicht schlimm! Oh verdammt, Bulle! Oh, schnell hier gegenhauen! Oh verdammt, Hilfe! Hilfe? Ja, da kann ich... Kann auch gar nicht, ich hab dir doch alle weggeschossen. Lieber Star Wars Battlefront 2 bei der Playstation 2. Immer die Rebellen, immer draufschießen, man kann nicht sicher sein. Infector kommen in! I got eyes on an Infector! Infector kommen in! We've got an Infector! Infector! Protect the train! Infector! She's gonna spin! Hui! Wuii! Von mir auch von der anderen Seite! Nicht so ganz! Ja, bin unter Kontrolle, warte! Was willst du von mir? Hau ab! Ich bin hier schon und noch... Oh f**k! Hier ist ein bisschen der Barriere. Wir haben das. Hau ab! Halleluja! Oh, der Tag des Miracles ist gekommen! Well, danke für die Unterstützung, meine Damen und Herren! Ich sehe dich später! Du kannst uns hier nicht verlassen! Hau ab! Geh ihn raus! Woah, woah, Jesus! Honestlich, Sie Yanks haben keinen Sinn der Humor. Jetzt schnell, wir gehen auf einen blöden Train. Nein! Was? Wie war das Kanzeln für Humor? Naja, kann doch gar nicht sein. Ich meine, da eine Gnare am Kopf. Das geht doch! Das ist doch nicht so schlimm! Mitbedacht! Wegen was? Wie kriegt man die Trophäe mitbedacht? René? Keine! Ich grad nicht! Sage ich dir jetzt! Juhu, Schnitzer! ich habe jetzt ende was findest du fehl bedacht mit bedacht da magst du schließe ein beliebiges level ohne eigenen schuss ab er hat das geschaffen glückwunsch wie das ich habe dieses gefühl dass ich ins öfters abgeschossen das war's für diese folge diese folge wird ein bisschen länger und ja das von daher bis zum nächsten mal bye bye